Hallo und jetzt willkommen zu einer neuen Folge Warcraft 3, Reforged. Ja, du kannst auch den M4 Seer, der Thrile-Nachbau quasi. Ich werde auf jeden Fall jetzt den zweiten Helden da nehmen, nicht den Blademaster, der gefällt mir nicht, der kann irgendwie nur wegrennen. Blademaster ist gut für Early-Game-Harassment, weil der kann halt mit Windwalk weggehen. Ja, aber was anderes kann der nicht, der kann irgendwie nur wegrennen, bis er dann auf Level 6 irgendwann, wo wir noch nie hingekommen sind... Doch, gegen Computer waren wir da schon mal. Ja, gegen Computer. Ja, aber ich sehe, ich sehe Fortschritt. Ich noch nicht. Ja, Caps Lock, alles gut. Der Rock ist auch so einer, schreibt nie GG, nur Good Luck of Fun. Ja, weil wenn wir verlieren, ist das ja nicht mehr GG. Doch. Nee, von uns nicht. Der geht ja eigentlich nur von uns, ne? So weit kann auch nur von einem Bayern-Fan kommen, ne? Bereit zur Arbeit. Also, als du sauer warst, als ich gesagt habe, hier, als Bremen gespielt hat und Bayern gegen Bremen, und du gesagt hast, ja, beim nächsten Mal vielleicht, da warst du hart sauer. Ja, vor allen Dingen, diese Arroganz eines Bayern-Fans, ja? Sucht sich da den Verein auf, wo er nie was für Kriegen abkriegen kann? Weil er nicht abkann zu verlieren, wie man in Spielen wie StarCraft II oder WarCraft III sieht. Ja, wer verliert, ohne sich aufzuregen, probiert es nicht. Nee, also das stimmt nicht. Man muss versuchen, aus Niederlagen zu wachsen. Ja, das versuche ich doch hier gerade, ja? Nee. Funktioniert halt nicht. Nein! Warum nicht? So, ich hätte fast den falschen, den scheiß Fliegenmaster wieder gebaut. Ach, kein Mensch. Ich will, ich spiele ja Night Elf, weil ich als Kind damals Night Elf nicht gespielt habe. Das ist vielleicht ein Fehler. Echt, also kompetitiv habe ich ja WarCraft noch nie gespielt, ja? Immer noch gegen Computer. Anderen habe ich früher sehr gerne gespielt, weil das war ein halbes bisschen spät. Was denn? Der Bau? Ich meine, das war eher mein zweites Depot, quasi. Gut, bauen wir jetzt mal gerade keinen Arbeiter, damit ich mir meinen ersten, äh, Gesellen und Runter leisten kann. Kriegswerkstatt, alles Standard bemerkt. WarC baut auch schon seinen zweiten Bau. Alles ganz normal. WarC spielt Standard. Warte, was hat das denn für eine Animation? Die habe ich ja noch nie gesehen. Wir brauchen mehr Gold. So, und dann fange ich an zu creepen. Wir brauchen mehr Gold, gehört Auden, sind offen. So, was kannst du denn? Schleudert einen Blitz, der ein Gegner durch die Seenheit scheinbar ist. Du kannst die zwei Wölfe, äh, kannst, äh... Geisterwölfe. Wölfe sind gut. Gut, machen wir das. Vorher gesagt, gut, machen wir das. Also für Harassment und so sind Wölfe halt geil, weil die Wölfe... Die Harassment mache ich doch nicht. Wölfe kosten nix. Ja, Mana, ne? Ja, Wölfe kosten nur Mana, aber nix von Rohstoff. Nix, nix von Rohstoff, Alter. So, wir brauchen mal eine Ronde. Wir brauchen mehr Gold. Wir brauchen mehr Gold. Wir brauchen mehr Gold. Äh, Gegner spielt Tauren für erst. Ich soll sie leicht glauben. Hab ich hier rausgefunden? Meine Augen sind auf. Vorsichtbar. Der muss als erstes umfallen? Hallo. Warum kommt der nicht mit? Dann er? Bei dir ist schon einer. Jetzt werde ich die Creep checkt. Ja, er klaut dir jetzt deinen Creep. Meine Augen sind offen. Wäre kein Ding, wenn ich seine Einheit kriege. Er kann den Creep nicht klauen, weil ich seine Einheit kriege. Er muss eine Entscheidung treffen. Entweder er zieht sich zurück, oder er verliert seine Einheit. Hat sich zurückgezogen. Ich kriege ich den Creep dann fertig. Taktik hier vom Ruck. Tick-Tack. Ne, Tick-Tock. Kein Vorteil, der durchgabt. Äh, Kettenblitz. Sehen heißt Glauben. Sehen heißt Glauben. Bereit zur Arbeit. Wir brauchen mehr Gold. Natürlich. Wir brauchen mehr Gold. Verstehe. Wir brauchen mehr Gold. Wir brauchen mehr Gold. Es ist sicher. Er spielt der Taugel. Der Taugel ist hart. Vorsicht. Ich guck mal, ob der Gegner schon den Gründerkrieg abgeräumt hat. Ich nehm das mal an, aber... Ich will nicht überraschen, wenn du nicht... Ja, benötigt ihr meinen Rat? Da ist der Gegner. Gegner gefunden. Rückzug. Stufe 2, du auch. Ich kämpfe gerade gegen den Gegner. Er hat nicht so viel Lebenspunkte, dass er... Irgendwas tötet zum Gegner. Auch wenn es nur eine Einheit ist. Das wäre schon mal gut. Er zieht sich jetzt hart zurück. Er ist schneller als ich, leider. Meine Augen sind offen. Oh, er hat schon Headhunter. Ja, leider... Leider nicht. Er ist einfach schneller als ich. Warum sind alle Einheiten immer schneller als ich? Das ist doch unfair. Der Gegner hat schon Headhunter. Ja, das sagt mir nichts, wenn du mir das sagst. Das sind die Speerwerfer, die du auch hast. Ja, die kann ich auch bauen. Das ist ja nicht... Mach ich aber nicht. Weil ich nachher auf Tauern gehen will. Und ich deshalb die Upgrades... Ich gehe zurück. Er ist leider schon ein Stück Zeit. Harmonie, der will. Ich habe jetzt auch eine extra Art. Und, machen wir mal kurz. Headhunter, Mars. Headhunter sind schwierig zu counter. Headhunter können halt alles. Habe ich gar keinen Shop gebaut? Keinen Shop gebaut. Ich gucke mal, vielleicht kann ich einen Creep checken. Natürlich. Ja, ich auch. Vorsicht. Dann kommst du nicht schneller mit. Geht ja. Natürlich. Verstehe. Benötigt ihr meinen Rat? Hab ihn nicht gut, Jack. Sehr gut. Kann ich immer nicht hinterher gehen. Jetzt ist die Vorschung fertig und das ist fertig. Was heißt, äh... Benötigt ihr meinen Rat? Drei Risks nachbauen, einen fallen lassen. Also, eines nervt mich. Eines nervt mich nicht. Meister? Was wir wollen. Sie sehen, wir sind auf. Angefangen. Seht euch vor. Arbeit abgeschlossen. Nein, das geht ja wirklich. Das geht ja noch gar nicht. Nein. Okay, jetzt habe ich eine Posture of Invisibility dabei. Mein Held kann für sieben Sekunden unverwundbar werden. Benötigt ihr meinen Rat? Ne, Invisible ist aber unsichtbar nicht. Invisibility? Die sind komplett alle da in Mitte, ne? Hast du gesehen, ne? Wo soll ich den Helden warten? Das sind beide. Ja, das ist nicht. Oder nicht. Und so echt, da sollst du drauf gehen? Nee. Ja, eben. Ich wollte ihn nur stören am Küken. Vorsicht. Ja, aber damit verlierst du jetzt einen Helden. Ob das das wert war, Herr Rock. Ja, da kommt der vor hinten. Solange bist du nicht Invisible. Ich schaff's. Nein. Ich bin sonst. Auch böse gewesen. Arbeit abgeschlossen. Er kommt aber jetzt zu dir, ne? Ich schau mal zu dir. Dauert aber ein bisschen. Oh, es ist Nachtwochen. Ja, ich bin tot. Okay, dann, Monsieur de Ricks. Wir müssen auf jeden Fall am Anfang nicht das machen, was die Pros machen, dass sie erst mal auf Creeps gehen, sondern erst mal Maßeinheiten bauen. Das ist scheinbar... Ja, Maßeinheiten baue ich ja auch. Wobei ich glaube, ich baue einfach gleich mehrere von den ersten Dingern, was du mir in der ersten Folge verboten hast. Ja, das ist auch normalerweise nicht meta, aber das ist scheinbar hier im im Reforge-Bereich ist scheiße scheinbar Gold. Und mit diesen Worten würde ich sagen, was ist für heute? Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich schau beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben jetzt bis zum Folgeklicken. Und dann ist das, was wir kommen hier noch wieder. Schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Schönen Tag. Vielen Dank.